Jo, hi Leute, alles klar? Wir grüßen euch aus dem sommerlichen Neuss. Wir haben Flipflops an den Füßen, sind leicht bekleidet. Jetzt fängt es an zu winden. Jetzt fängt es an zu winden und wir wollten euch einmal zeigen, da hinten sieht man noch so schön das restliche Licht. Es ist jetzt schon irgendwie abends um 9 Uhr und hier geht die Welt unter übrigens. Sieht deutlich heller aus als es in Wuppen gibt. Ja wirklich, woran liegt es? Aber ich glaube man sieht hier auf jeden Fall den Übergang. Ich will nach Hause. Der nette Mann meint, es wird jetzt gleich hageln. Okay, auf jeden Fall. Da ist gerade Mummwetter. Aber ein richtiges Mummwetter. Alles was klappt. Ja. 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 Wow. Leute, das ist echt heftig Wir sind mitten in so einem überkrassen Sturm geraten Wir haben das eben noch gefilmt Und jetzt wirklich, guck mal hier Hier ist überall Alle Bäume Ganze Äste, die hier rumfliegen Da vorne sieht man das 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 Jo Leute, das war das Gewitter aus unserer Perspektive Für Niki, was sagst du? Juhu, ich hab's überlebt Ich hab noch nie so ein Gewitter so in der Form so krass erlebt Ich auch nicht Ihr wisst bestimmt Ich hab's überlebt, es gibt ein neues Ich hab's überlebt, es gibt ein neues Ich hab's überlebt, es gibt ein neues